Im dritten Video zum Thema Diagramme und Visualisierung von Energiedaten in Excel habe ich mir hier die Energieproduktionsdaten der Photovoltaikanlagen in Deutschland hergenommen. Ausgangspunkt ist wieder unsere Datei von der Bundesnetzagentur, Link in der Videobeschreibung. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe diese Stundenwerte der Photovoltaikproduktion genommen und die dann über diese Indexfunktion, die wir schon ein paar Mal verwendet haben, diese Stundenwerte umsortiert, dass wir vertikal die Tage und horizontal die Stunden des Tages haben. Und jetzt geht es darum, wie kann ich diese Daten in einer Heatmap darstellen. Das kann nämlich Excel tatsächlich nativ nicht in allen Versionen, die neuesten Versionen, da gibt es dann Möglichkeiten zu, aber wenn wir es flexibel halten wollen, brauchen wir einen anderen Weg. Und das geht hier oben über diesen Punkt der bedingten Formatierung. Das ist eine sehr nützliche Funktion, deswegen steigen wir damit auch ein. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, abhängig von den Inhalten hier in diesen Zellen einen Farbverlauf zu definieren, dass wir hier Farbskalen definieren oder dass wir hier alternativ Symbole darstellen. Man kann hier auch Regeln definieren, wie diese Visualisierung sein soll. Das ist wirklich eine sehr praktische Möglichkeit, sehr schnell innerhalb der Zellen sich Daten anzusehen. Machen wir ein Beispiel. Wir springen mal hier in unsere Rohdaten rein und ich kann jetzt hier für die Biomasse, wenn ich das hier mal alles markiere und sage bedingte Formatierung Datenbalken, machen wir die mal in grün, dann stellt er mir den Wert auch nochmal in so einem Balken dar. Und jetzt sehen wir natürlich, der ist relativ gleichmäßig, weil die Bioenergie natürlich relativ gleichmäßig verteilt ist. Also selbst wenn wir jetzt hier mal hochspringen, relativ gleichmäßig. Bei der Wind Onshore oder Offshore, wenn wir uns das da mal angucken mit der bedingten Formatierung. Datenbalken machen wir hier dieses hellblau. Da haben wir schon einen anderen Verlauf. Da sieht man jetzt schon direkt sehr deutlich in dieser Überlagerung hohe Werte. Also Excel normiert es normalerweise, dass es das Maximum am Rand der Zelle ist und der Nullwert halt ganz links wäre, dann wäre kein Balken da. Und anhand dieses Verlaufes kann man schon sehr schön sehen, hier haben wir mal eine Dunkelflaute gehabt, da sieht es sogar eine Dunkelflaute hier. Mitte Dezember 2022 kaum Photovoltaik oder keine Photovoltaik und dann kaum Wind. Da müssen natürlich dann die fossilen Kraftwerke laufen. Also man hat hier die Möglichkeit, wenn man jetzt entsprechend diese ganzen Diagramme alle mal einfärbt. Hier sind schon voreingefärbte Darstellungen möglich. Hier haben wir die Photovoltaik. Man kann dann direkt erkennen, wie laufen diese Anlagen. Das ist wirklich sehr praktisch. Hier haben wir die Kernenergie, 3,3 Gigawatt Leistung oder 3,3 Gigawatt Stunden Stromproduktion in einem Monat. Das ist ein hoherer Wert. Hier haben wir dann mal die Maximal mit 4. Und dann müssten wir wahrscheinlich dann im Bereich, da sind wir schon zu weit. Also hier haben wir dann entsprechende Werte. Februar sind wir hoch, dann geht es wieder ein bisschen runter. Also ein sehr guter Weg, um diese Daten direkt ganz schnell zu visualisieren. Das ist wirklich sehr, sehr nützlich und für die schnelle Datenanalyse ganz praktisch. Wir haben dann hier über dieses Regelverwalten, sind diese Daten dann definiert. Man kann die dann hier noch verändern. Man kann hier die Farben verändern. Das ist wie gesagt in der nativen Excel-Version, in dem Programm, wieder etwas flexibler als hier in der Web-Version. Man kann hier diese Datenbalken noch erweitern auf weitere Spalten, dass er das auf alle anpasst. Man kann hier diese Regeln auch wieder löschen. Ich möchte im gesamten Blatt oder hier den Zellen das löschen. Dann verschwinden die wieder. Dann machen das hier mal alles, dass wir hier diese Regeln in den ausgewählten Zellen löschen. Denn, warum ich das zeigen, wenn wir jetzt hier mal alle markieren, also den kompletten Datensatz und dann bedingte Formatierung. Wir machen hier wieder die Datenbalken, machen wir hier mal grün. Dann wird es normiert auf den maximalen Wert, den wir überhaupt erreichen können. Denn, der ist, das sehen wir hier unten, also der Mittelwert ist angegeben, was hier noch fehlt, Maximum und Minimum. Ergänzen wir das, das kennen wir schon. Der maximal oder der höchste Wert, den wir haben, sind 43,8 Gigawatt oder Gigawattstunden jetzt in dem Stundenintervall. So wird es dann normiert. Und dann sehen wir hier, wer ist der größte, der Wert den größten Anteil, die Windenergie. Und wenn wir dann hier nochmal hochscrollen in die Sommermonate, also sind wir hier, da kommt dann die Photovoltaik nach vorne, ist da am stärksten. Auch dann kann man nochmal einschätzen, Photovoltaik im Verhältnis zur Windenergie, im Verhältnis zu den Kohlekraftwerken, zur Bioenergie, zur Wasserkraft. Wo liegen wir da? Auch die Volatilität erkennt man natürlich. Also diese bedingte Formatierung, nachdem die Excel-Version im Programm noch flexibler hilft, einfach sehr schnell zu erkennen, welche Anteile man dort hat. Ähnlich kann man jetzt mit diesen Farbskalen arbeiten. Also da wird dann einfach Rot-Gelb-Grün oder umgekehrt in verschiedenen Farbskalen hervorgehoben, wann haben wir viel oder wenig Produktion. Auch das gucken wir uns mal einmal an. Ich nehme das hier nochmal raus. Wir springen hier nochmal in die Photovoltaik rein, markieren hier bedingte Formatierung, Farbskala, Rot-Gelb-Grün. Das heißt, wir sehen jetzt hier, Rot ist der niedrigste Wert, Grün ist der höchste Wert. Das heißt, statt eines Balkens werden diese Zellen entsprechend ihrer Werte eingefärbt. Springen wir hier wieder in den Sommermonate, haben wir hier kürzere Nächte und dann kriegen wir hier immer weitere grüne Daten rein. Also auch das ist eine Möglichkeit, um solche Daten sehr schnell zu visualisieren. Das kann man auch so machen, dass man dann Schwellwerte angibt, sagt, wenn kleiner als 10 Prozent, quasi Dunkelflauten hervorheben möchte, kann man das entsprechend machen. Hier jetzt mal in Blau mit einer anderen Farbskala dann die Windenergie dargestellt. Da hat man dann eine entsprechende andere Formatierung, dass jetzt hier Rot geringere Werte sind, Weiß ist mittelgroß und dann kommen immer die blauen Werte wieder. Jetzt natürlich nicht im Sommer, wo wir dann hohe Windenergie-Werte haben. Also auch da kann man mitarbeiten, mit dieser Einfärbung dieser Zellen. Das hilft tatsächlich, um einen schnellen Eindruck zu bekommen. Wir machen das nochmal rückgängig und gucken uns nochmal an, was passiert, wenn wir jetzt hier unsere Daten komplett markieren. Also wieder alles, dann wird alles entsprechend skaliert. Bedingte Formatierung, Farbskala, Rot, Gelb, Grün. Und jetzt sind wir auch schon in Richtung einer Heatmap unterwegs. Ich zoome jetzt mal raus, denn tatsächlich kommen wir jetzt hier so langsam in Richtung einer Heatmap. Das ist jetzt auch der Trick. Wir gucken uns das gleich nochmal mit den Photovoltaik-Daten an. Aber hier sieht man jetzt schon ganz gut, dass diese Spalt ist die Photovoltaik. Die geht nämlich rauf und runter. Wir haben kleine Werte, deswegen sind diese Spalten jetzt noch nicht ganz so sinnvoll. Hier sind kleine Werte, auch hier sind konstant kleine Werte. Das ist ja die Wasserkraft und die sonstigen, das hier waren die sonstigen konventionellen Kraftwerke. Das hier ändert sich relativ schnell. Das sind die Gaskraftwerke. Wir haben hier die sonstigen Erneuerbaren und haben ja hier unsere Windenergie. Das heißt, hier haben wir tatsächlich ein stark variierendes Wind oder eine stark variierende Windausbeute. So kann man jetzt also damit arbeiten und analysieren. Hier haben wir jetzt das Grüne, das heißt, hier haben wir dann viel Windenergie. Das hilft, um dann sehr schnell ein Gefühl für diese Daten zu bekommen oder das sehr schnell zu visualisieren. Das möchte ich jetzt auch nochmal anwenden als Heatmap oder Vorbereitung einer Heatmap für die Photovoltaik-Daten. Aber diese bedingte Formatierung ist ein sehr nützliches und hilfreiches Werkzeug. Manchmal kann es dazu führen, wenn man zu viele Regeln anwendet, dass man da ein bisschen durcheinander kommt, diese Skalierung der Farben und dieser Balken nicht mehr passt, weil dann falsche Daten in den Spalten miteinander verknüpft und verglichen werden. Da muss man ein bisschen aufpassen und dann diese Regeln entsprechend verwalten. Das ist, wie gesagt, etwas einfacher in der nativen Excel-Programm-Version, nicht in dieser Web-Version. Aber es ist sehr hilfreich, wenn man sehr schnell diese Daten visualisieren kann. Gucken wir uns das nochmal einmal an hier für unsere Photovoltaik-Daten. Also hier nochmal der Vergleich. Bedingte Formatierung, Farbscala, Datenbalkenunternehmen, Gelb. Da haben wir jetzt also unsere Datenbalken einmal dargestellt. Wir gehen hier hoch und stellen dann fest, im Sommer größere Werte. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt, und das ist ein weiterer Anwendungsfall dieser Umsortierung unserer Spalten-Datenreihe in diese Matrix mit den Stunden horizontal, den Tagen vertikal. Was ich jetzt mache, ist, ich markiere jetzt hier alle Daten, das heißt diese Matrix, und möchte hier eine bedingte Formatierung. Farbscala, Rot, Gelb, Grün. Jetzt sehen wir diesen Verlauf. Da muss man immer rauszoomen, damit man das auch alles sehen kann. Jetzt stellen wir fest, das sieht schon aus, wie man es erwartet. Ein bisschen nervig ist noch diese Schriftart. Die kriegt man nicht weg. Da ist der Weg zu sagen, Schriftgrad Größe 1. Ich hoffe, das macht er jetzt. Das möchte er tatsächlich nicht. In der Web-Version will er das nicht, interessanterweise. Man kann in der nativen Version die Schriftgrad auf Schriftgröße 1 setzen. Dann verschwindet die. Dann tauchen halt hier nicht diese kleinen schwarzen Zahlen auf, die man hier entsprechend sehen kann. Die, also man kann jetzt hier auch die Schriftart nicht verschwinden lassen. Das geht tatsächlich an dieser Stelle nicht. Das ist dann aber, dass er hier in dieser Web-Version nicht auf Schriftgröße 6 gehen möchte. Das macht er jetzt 20, das möchte ich nicht. Schriftgröße 5 macht er auch nicht so richtig. Was man jetzt aber hier sehen kann, und dann müsste man hier nochmal mit den Spalten und Zeilengrößen arbeiten. Also auch 25% ist die kleinste Suchstufe. Aber was man jetzt hier sehen kann, ist tatsächlich dieser typische Verlauf der Photovoltaik mit den hohen Breitenwerten in den Sommermonaten. Dann hier geht es dann in den Herbst und Winter, wo es dann wieder schmaler wird mit diesen dunklen oder mit den roten Bereichen, die dann halt die Nachtstunden anzeigen. Aber auch hier mit dieser Heatmap, also das ist quasi der Umweg, den man gehen muss, in Excel gehen kann, über diese bedingte Formatierung. Wirklich ein nützliches Werkzeug, nicht ganz so anwendungsfreundlich. Da bieten höhere Programmiersprachen wie Python oder andere Tools MATLAB natürlich eine Möglichkeit, das anhand dieser Daten wesentlich schöner und einfacher darzustellen. Aber innerhalb von Excel ist es so machbar, dass man halt seine Zellen sich nimmt, die entsprechend auch klein macht. Auch das sollte man natürlich tun, dass die alle gleich breit sind. Also wir machen die mal auf die Größe von 8 Pixeln. Dann haben wir hier schon mal was und dann müssen wir in der Höhe auch nochmal, damit jede Zelle natürlich gleich groß ist, müssen wir auch hier sagen, dann haben wir schon mal 9. Ach Mist, ich muss das hier komplett markieren. Also, ne, mag er nicht. Ich darf nicht reinzoomen, das ist das Problem. Ich muss nochmal den Zoom anpassen, sage jetzt hier also 18 Pixel und hier machen wir auch, nicht 18, sondern 8 Pixel in der Breite, auch 8 Pixel. Dann haben wir es nämlich quadratisch. Ich zoome raus und wir kriegen dann hier, man kämpft jetzt ein bisschen mit der Berechnung, kriege ich dann entsprechend unsere Daten. Das ist in dieser Webversion, wie gesagt, nicht so gut möglich. Wie wir sehen jetzt hier, dass er sich verabschiedet und sich aufhängt. Die native Version kann das deutlich besser. Wir sehen jetzt gleich hier, er rechnet noch im Hintergrund, weil er halt permanent im Hintergrund mit dem Server kommuniziert von Microsoft oder in den Teams immer noch einen Abgleich gibt jetzt mit den gespeicherten Daten. Aber das müsste jetzt gleich hoffentlich kommen. Also, währenddessen er im Hintergrund rechnet. Der, kurzes Fazit, diese bedingte Formatierung ist ein ganz nützliches Mittel. Um solche Daten darzustellen. Wir haben die Flexibilität, schnell eine Datenanalyse zu machen, um dann Daten zu visualisieren und eine schnelle Analyse zu machen. Vielleicht auch schon Fehldaten zu erkennen. Daten zu bereinigen im zweiten Schritt. Und da hilft immer eine Visualisierung, die wir ergänzen können. Das ist aber ein Weg, der in dem nativen Excel eigentlich ganz gut funktioniert. Hier in dieser Web-Version immer ein bisschen kitzlig ist. Man sieht, er rechnet immer noch im Hintergrund, weil er jetzt einfach eine riesige Tabelle darstellen soll. Das ist, er bohrt jetzt langsam diese Tabelle auf. Das sieht eigentlich ganz lustig aus. Also, von daher da auch wieder die Grenze von Excel. Eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass wenn die Diagramme sehr komplex sind, Excel dann doch schnell an die Grenzen kommt. Und deswegen nicht das ideale Tool ist, wenn man dann auch keinen leistungsstarken Rechner hat. Hier jetzt durch diese Web-Version des Excels in dieser Teams-Umgebung. Ein ganz gutes Beispiel. Und dazu führt, dass man Excel-Dateien produziert, die dann auf anderen Computern von anderen Personen aus der Arbeitsgruppe oder das man dann verschickt nicht darstellen kann. Hier kommt jetzt, jetzt baut er hier gerade den Verlauf unserer Heatmap auf. Also, passend zum Ende des Videos kommt, es baut sich ganz langsam auf. Ja, aber diese drei Videos jetzt zum Einstieg in die Diagramme. Da gibt es noch deutlich mehr, was man da auch noch tun und analysieren kann. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man mit den Diagrammen arbeitet, spielt, diese bedingte Formatierung mal ausprobiert, weil es ein sehr mächtiges Tool ist, womit man aber auch viel durcheinander bringen kann, sodass man dann häufig wieder von vorne anfangen muss, die Zellformatierung dann wieder löschen muss, um ein sauberes Worksheet zu haben. Ansonsten aber, wie man jetzt hier sieht, auch wenn der obere Teil noch fehlt in dem Aufbau, ein ganz nützliches Tool. Bis zum nächsten Mal.